Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Stadtkindern mit den edlen Wesen der Natur nicht so gut auskennen Und deswegen habe ich für euch heute ein echtes, lebendiges Tier mit in die Schule gebracht Was ist das? Ein Hühnchen? Nein, dieses Tier bezeichnet man gemeinhin als Hund Du machst doch Witze Ich finde, das sieht aus wie ein Elch Finde ich auch Komm her, Elchi, Elchi, Elchi In Ordnung, Schluss jetzt, hört auf! Wenn es weitere Fragen geben sollte, beantworte ich sie gerne nach meinem Referat Was gibst du ihm zu fressen? Fisch? Ich glaube immer noch, das ist ein Elch Nein, für ein Elch ist es zu klein Bis auf die Nase Tiere sind... Woher sollen wir wissen, dass das ein echter Hund ist? Ja, vielleicht ist es ein Kind in einem Hundekostüm Tiere sind normalerweise freundlich Wenn man sie nicht unnötig provoziert Es hätte auch ein Kind in einem Hundekostüm sein können Nimm bitte Platz Charlie Brown hat mir gesagt, dass du ein Problem hast Du scheinst eine Angst vor der Dunkelheit entwickelt zu haben oder sowas Stimmt das? Es kommt mir so vor, als würde ich ein Teddybär befragen Heute werden wir ein bisschen mehr über deine Vergangenheit reden Hattest du eine schöne Kindheit? Mochtest du deine Mutter und dein Vater? So wie ich das Ganze verstehe Hörst du in der Nacht anscheinend irgendwelche Geräusche Deswegen hast du Angst, nachts draußen zu bleiben Und deine Pfecht als Wachung zu erfüllen Und das erzeugt Schuldgefühle in dir Richtig? Bleib gewinnig wach, wenn ich mit dir rede! Du wolltest Hilfe von mir und die wirst du auch erhalten Wir werden eine gute Arzt-Patienten-Beziehung pflegen Oder ich werde dich hauen! Hast du das verstanden? Es ist wirklich nicht nötig zu salutieren Das macht einen 5 Cent bitte Ich hasse es, wenn ich mit Hundefutter bezahlt werde Ich bin sauer Ich hasse die ganze Welt Also echt, heute sollte mir niemand mehr über den Weg laufen Streit! Streit! Lucy und Snoopy streiten sich gerade Was? Meine Güte Bleib gefällig stehen und kämpf wie ein Mann Nicht zu glauben Was für ein total dämlicher Kampf ist das denn? Schluss jetzt! Ihr zwei hört jetzt sofort auf zu kämpfen, klar? Aufhören, habe ich gesagt Hä? Wer kämpft denn hier? Ich gebe auf! Ich sagte, ich gebe auf! Hör auf! Ich gebe auf! Ah! Hey, ich sagte... Ich gebe auf! Bäh! 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 Unsere Zunge haben sich berührt! Meine Zunge hat die Zunge eines Hundes berührt! Ich bin vergiftet! Ich bin vergiftet! Ich bin vergiftet! 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 Peanuts! Snoopy! 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 Ich habe doch gesagt, komm da runter! Schon besser! Du hast einen ganz schönen Unabhängigkeitsdrang entwickelt! Vergiss nicht, dass ich derjenige bin, der dich füttert, der sich um dich kümmert! Sieh mich an, wenn ich mit dir rede! Ohne mich wärst du gar nichts! Alles, was du hast, verdankst du doch nur an mir! Sogar dein Hälsband, das du trägst! Ich erinnere mich an den Tag, als ich das von meinem Geld gekauft habe, für das ich gearbeitet habe und... Ich hasse es, wenn er das macht! Peanuts! 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 ARD Text im Auftrag von Funk Wie soll ich was sehen, wenn dein Kopf immer im Weg ist? Vergiss es. ARD Text im Auftrag von Funk Weißt du, was du machen musst, Snoopy? Du musst endlich lernen, auf Befehle zu hören. Sitz! ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk